Genau, ich will Eleonora sowieso mal kämpfen sehen, deswegen will ich sie jetzt mal kurz im Team lassen. Mal gucken, wie gut sie ist. Natürlich, das Vieh wird komplett die Brücke einnehmen, das heißt, wir werden so nicht dran vorbeikommen. Ja, richtig klug, Alter. Das ist das größte Vieh, was wir gerade auch mit finden können, setzt es einfach genau hier hin. Oh, ne, Eleonora ist gar nicht dran im Team. Ich habe zwei Caster und das ist doch okay, so einfach ein Heiler, ein Caster. Ah, das reicht's. Das reicht's. Ah, auf dem Bett stehen sie aber alle drauf. Kein Spiralhagel, großes, äh, ach so siehst du. Kein F-C-Tor-Engang. Äh, tup. Ja, Katze. Ja, Katze. Weniger Magieschaden, 18, ne. Art Verteidigung. Ich kriege gegen... Panzerte Gegner... Ich kriege gegen geflügelte Gegner. Nehmen wir erstmal die Art Verteidigung, kann man das später immer nochmal ändern. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm... Wird's aber nicht beide gleichzeitig auf mich zukommen, ne? So. Feuerring, er hat Magier gelernt, okay? Rosenblüten-Scherpe. Ähm... Bevor ich vergesse, was das war... Magier... Wirkung von Lähmung wird reduziert. Schadensverringerung während der... Abwehr um 25% erhöht. Ist er da jetzt gerade? Jetzt hat er gerade das hier, ne? Windkraft erhöht. Ne, komm. Achso. Äh... Oh. Wir haben magische Schaden. Ne. So viel Morgens schon, mache ich ja nicht, ne? Und das ging halt sehr schnell. Und das ging halt sehr schnell. Aber wir haben dann auch noch ein Hahaha. Oh. 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 Äh, Kalazid-Montor haben wir noch bekommen. Oh, die hat sogar noch ein maximales Leben drauf. Äh, gewinnere ich den Rechen. Komm, kriegt sie nochmal das? Achso, stimmt. Ich hatte ja noch, äh, wop, wop, wop. Fluorid-Stiefel bekommen. Nein. Sie sowieso nicht. Äh, genau. Ich hatte aber weniger Rüstung. Äh, nein. Das sind genau die gleiche. Okay. Katzenkiste. Ein Bindnis-Rote-X, das ist ja der, ähm, Zwischenboss. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. ja ja alles es geht einen gut das ist das ist hier ist es ist es ist ein ist es ein ein das ist das ist das Aber es sagt, dass ich den Kielkirraushe... Kielkirraushe? Das ist ein Kielkirraushe, der Kiel und Kielkirraushe. Ich bin nur noch die Bereiche von einer Bekanung von Räumen. Wenn du Kielkirraushe eingebaut, dann hier ist es ein Endgundreum, oder ein Eilgundreum... Ich denke, es wird sehr entfernt, um die Kielkirraushe, Läu und die Kielkirraushe. Ja? Ich glaube, ich glaube, dass man so sieht. Ja, man ist einfach nur ein Mensch. Man ist einfach nur ein Mensch? Das ist wie ein Mensch, wenn man so weiß, wenn man so weiß, was man weiß. Es ist egal, dass man nur eine Familie ist. Ich glaube, dass man sich anschaut, wenn man sich anschaut. Oh, so ein bisschen. Du bist ein Freund, der Mann ist ein Freund, der Mann ist ein Freund. Ja, genau. Was ist das? 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 Du musst dich nicht erzählen. Ich habe immer nach der Seite einen anderen Seite gesehen, dass ich mich nicht gesehen habe. Und ich habe das gesagt, was ich nicht gesehen. Was ich schließlich? Ich bin ein kleiner Beziehungs interesting, oder? Ich bin ein viel überlebt, was ich schon hab, und ich bin ein bisschen überlebt. 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 Ich bin eine sehr, 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 sehr interessant. Wenn ich mich in meinen, dann kann ich mich anschauen. Und wenn du in der Zeit wirst, dann wirst du aufhören. Ah... Hahahaha Ich wollte mich sagen... Es ist ein Mann, oder wie ein Mann... Aber... Aber... Aber es ist sehr verrückt, dass man auf der Erde sehen kann. Aber es ist eine große Herausforderung. Aber es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Die 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 ist oder dass das was Manius. ... Der Mann war während der Wurikon-Geräusche durch die Flüge der Flüge und der Wind. Die Flüge und der Flüge sind eher die Pendulum-Geräusche, die die Flüge der Flüge verweckt. Ich verstehe, was ich wirklich ein bisschen interessiert. Und noch ein, was der Kraft der Wurikon-Geräusche. Der Sprechstelle ist sehr viel, mit der Schleuch und der Schleuch. Es gibt 4 Fähigkeiten, die beiden Fähigkeiten sind in der Wälder. Der Wind ist die Erde. Der Wind, Zavida, kann die Wälder aus dem Wälder auswählen. Wenn die Wälder die Wälder auswählen... Wenn wenn die Wälder die Wälder auswählen, dann kann man die Wälder auswählen. Und ... Und ... 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